Bei älteren Gebäuden immer wieder anzutreffen. Im unteren Bereich des Mauerwerks blättert die Farbe oder der Putz platzt sogar ab. Die Schädigung geht oft so weit, dass auch die Fugen geschädigt und die Standfestigkeit des Mauerwerks gefährdet sind. Diese typischen Schadensbilder haben alle eine Ursache, aufsteigende Feuchtigkeit. Wie hier in der Grafik dargestellt, fehlt in dem Mauerwerk die Horizontalsperre. Die Feuchtigkeit zieht von unten kommend wie in einem Schwamm in der Wand hoch. Sie transportiert dabei Mineralien, darunter auch schädliche Salze in die Wand und an die Oberfläche. In den Bereichen der Wand, wo die Feuchtigkeit verdunstet, zeigen sich die Schäden. Die Salze kristallisieren an der Oberfläche und zerstören dort den Putz und das Mauerwerk. Die Folgen sind abplatzender Putz, Zerstörung der Mörtelfugen, reduzierte Wärmedämmung und Schädigung der Bausubstanz. Vor der Instandsetzung eines geschädigten Mauerwerks steht immer die sorgfältige Analyse durch einen Fachmann für Instandsetzung. Bei einer solchen Analyse werden der Salzgehalt und die Durchfeuchtung des Mauerwerks untersucht und damit die eigentliche Ursache der Schädigung festgestellt und der Schadensumfang ermittelt. Nur die Schadensanalyse ermöglicht es, ein fachgerechtes Instandsetzungskonzept abzuleiten. Die Instandsetzung beginnt mit dem Einbau der Horizontalsperre mit Köster-Krisin 76. Dieses Verfahren ist auch bei hohen Durchfeuchtungsgraden und bei hohen Salzgehalten geeignet. Durch das patentierte Saugwinkelverfahren kann die Horizontalsperre sicher eingebaut werden, auch wenn das Mauerwerk Hohlräume oder Risse enthält. Zunächst wird der alte salzgeschädigte Putz komplett entfernt. Das Mauerwerk wird von losen Bestandteilen befreit und die Fugen werden ausgekratzt. Dann wird die Horizontalsperre eingebaut. Das System besteht aus den Bestandteilen Köster-Krisin 76, ein dünnflüssiges Harz, welches das Mauerwerk wasserabweisend und wasserundurchlässig macht, dem Kapillarstäbchen, über welches die Flüssigkeit drucklos auch in die feinsten Kapillaren verteilt werden kann und dem Saugwinkel. Über den Saugwinkel wird Köster-Krisin 76 in das Mauerwerk eingebracht. Nur wo das Kapillarstäbchen auch das Bohrloch berührt, gibt es Flüssigkeit ab. Die vollkommen drucklose Verteilung des Materials verhindert den Verlust von Injektionsmaterial und macht dieses System sehr kalkulationssicher. Durch das Saugwinkelverfahren wird nicht mehr schräg gebohrt, sondern horizontal in die Lagerfuge. Das drucklose Saugwinkelverfahren nutzt die Kapillarkräfte, welche auch die aufsteigende Feuchtigkeit verursachen. Nur so kann die Abdichtung bis in die feinsten Kapillaren eingebracht werden. Zunächst wird der Abstand der Bohrlöcher angezeichnet. Der Bohrlochabstand hängt davon ab, wie dick die Wand ist. Je dicker die Wand, desto kürzer der Bohrlochabstand. Die Länge der Bohrlöcher hängt ebenfalls von der Dicke der Wand ab. Sie entspricht der Wanddicke abzüglich 5 cm. Die Bohrlöcher werden zur Reinigung ausgeblasen. Dann werden die Kapillarstäbchen abgemessen. Ihre Länge entspricht der Länge der Bohrlöcher plus 7 cm. Die Kapillarstäbchen werden zusammen mit dem Saugwinkel eingesetzt. Danach werden die Kartuschen in die Saugwinkel eingesetzt. Köster Kresin 76 lässt sich nicht mit Wasser mischen. Also wird es auch in hochdurchfeuchtetem Mauerwerk nicht verdünnt. Köster Kresin 76 ist keine Emulsion und verklumpt daher nicht bei hoher Salzkonzentration im Mauerwerk. Außerdem ist es dünnflüssiger als Wasser, was die Verteilung bis in die kleinsten Kapillaren ermöglicht. Nach durchschnittlich 24 bis 48 Stunden sind die Kartuschen geleert. Köster Kresin 76 hat sich nun im Mauerwerk verteilt und die Horizontalsperre ist erfolgreich installiert. Damit beginnt das Mauerwerk schon auszutrocknen. Die Kapillarstäbchen werden aus der Wand entfernt. Mit dem Schnellzement Köster KB Fix 5 werden die Löcher verspachtelt. Köster Kresin 76 ist unabhängig vom Salz und feuchtige Halt einsetzbar, nicht wasserlöslich und unverrottbar. Das Köster Saugwinkelverfahren ist einfach und unkompliziert einzubauen, verteilt das Injektionsmaterial aufgrund seiner drucklosen Arbeitsweise gleichmäßig und ohne Verluste in Hohlräume oder Fehlstellen. Das Mauerwerk wird am unteren Sockel mit Köster Polysil TG500 verfestigt und vorhandene Salze werden in der Wand gebunden. Nach dem Einbau wird das unter der Horizontalsperre gelegene Mauerwerk abgedichtet. Dazu wird zunächst mit Köster Sperrmörtel eine Hohlkehle ausgebildet. Löcher und Fugen werden mit Köster Sperrmörtel ausgebessert. Köster Sperrmörtel ist ein wasserdichter Reparaturmörtel. Nun erfolgt die Abdichtung des unteren Wandbereichs und des Wandsohleübergangs mit der Köster NB1 Dichtungsschlemme. Die Horizontalsperre ist jetzt eingebaut und das Mauerwerk gegen rückwärtige Durchfeuchtung abgedichtet. Alle wichtigen Informationen finden sich zum Nachlesen auch in der Systembroschüre Horizontalsperren gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.